Heute ist ja mein Geburtstag und Frederike und Rebekka sind schon da, Diana kommt später noch und wir machen jetzt ein richtig cooles Getränk, was ich auch mal auf TikTok gesehen hab. Was sollen wir eigentlich machen? Ja, ihr solltet uns da nebenstehen. Junge, du bist viel zu groß, geh mal rex. Ey, yo! Ich mach den Schiff mal ein bisschen, okay? Soll hier kein Mobbing-Video sein. Also erstmal brauchen wir Zucker für den Rand. Und dann brauchen wir dieses blaue Sirup. Und dann tucke ich das hier so rein. Jetzt mal brauchst du was Besitzes. Hey, ich wollte es nur anmerken. Darf ich auf einmal machen? Ja, mach dein Ding. So Bartender das. Als nächstes kommt eigentlich Sprite, aber wir nehmen jetzt einfach Sprudelwasser, weil das sonst viel zu süß wird, das Getränk. Achso, ich dachte, wir wären zu groß für Sprite. Nein! Als nächstes kommt da weißes Red Bull rein. Ich weiß gar nicht, aber wie viel. Jetzt kommt Powerade. Wir haben keine Blaubeeren. Ja, scheiß mal drauf. Und am Ende dieser blaue Sirup. Davon aber eigentlich nicht zu viel. Ach man. Sicher? Ja, im Kühlschrank ist die nicht. Okay, ich schau gleich nochmal. Jeder darf seine Marke haben. Voilà. Auf dich, Dani. Zum 20. Ja. Wie viele Punkte gibt er dem Getränk? Ich weiß nicht, irgendwie schon so eine Nuss dabei. Von Sendegall schmeckt nach nichts. Warte, hast du mir jetzt auch reingekommen? Nein, na, mach dir doch so. Mach dich um. Du bist um, die 이번에 so ein Glück. Du bist今skrävorter. Das ist eingel 2001. Du bist bereit. Du bist privat. Du bist magnasonic. Vielen Dank.